So da, was geht Leute weiter jetzt mit Call of Duty 4 und zwar ist das die zweite Runde, die jemals Call of Duty auf dem PC spielt, je nachdem ob man COD 2 die 10 Runden dazu zählt, aber ja. Wenn ihr die vorige Folge verpasst habt, schaut euch die vorher an, weil da erkläre ich noch ein paar Sachen bevor sie heißt, jetzt ist es einfach ein bisschen so scheiße in Call of Duty, dann sage ich, weil es am PC ist und weil ich nicht PC spiele normal Call of Duty und jetzt suchen wir uns ein Spiel, wo wir vielleicht eine bessere Leitung kriegen, mal schauen ob wir dann Glück haben, weil ich habe jetzt schon vorher probiert, dass ich irgendwo beitrete und dann bin ich mir irgendwo reinkommen, wo ich gleich wieder rausgeflogen bin, also naja, ich will nicht Maps spielen, die ich runterladen muss, weil das hat sich gerade rausgestellt, das funktioniert nicht, weil ich wollte mich in Nooktau auch probieren, da hat man alle Perks, aber das ist irgendwie was, was einen guten Ping hat, wo nicht so viele Spiele drin sind, das ist mir dann im Endeffekt auch wurscht, das Spiel ist das, aber man hat alle Perks, oh Gott, auf der Map, ich habe übrigens eine Klasse gebaut, scheiße, die wollte ich vorher hier zeigen, wir spielen mit der W1200, was heißt das überhaupt, dass man alle Perks hat oder dass man alle verwenden darf, ich weiß es nicht, let's find out, automatisch zuweisen, das ist die Klasse, die bastelt ab, W1200, ich wollte, das habe ich nicht bastelt, Überschallknall, no, das habe ich bastelt, und ja, wir werden es hier genauso halten, dass wir Schrott verwenden, damit meine ich nicht Schrott, sondern Schrott, und ich kann mich nicht niederlegen, kann man sich überhaupt niederlegen, kann man glaube ich schon, hier kann man das, schießen wir da drüben, F*** 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 Aus dem Weg, ich muss Leute töten, probieren Ich habe es gemacht, schau auf meine Macht! Jesus Christ, da hat der E. On-Code am PC, das ist furchtbar Ich habe mich gerade gewundert, dass ich den Kild habe, das ist das Trauergetan Auf der Xbox wäre ich schon wieder tot. Das ist verdammt schnell gegangen in meiner Fresse. Die sind halt schlechte Gegner hier. Ist schon. Ich sprenne nämlich um Ecken. Weil ein Outlaw-Bank geht auf den Weg. No. Und ja, ich verwende auch Scheiß-Waffen in Spielen, bei denen ich scheiße bin. Da kenne ich einfach nichts mehr. Verbündeter Luftangriff unterwegs. Oh mein Gott. Ich gehe außen rum. Mal schauen, ob wir uns das Haus hier vortreten können. Das ist ein bisschen laut. Aber das liegt weniger als die vorherige Runde. Das ist mal ein Zusatz. Jetzt fängt das Lägen an, oder was? Gerade jetzt. Wo ich es sag. Jetzt ist mir ein bisschen zu dunkel. Ich glaube, ich werde die Helligkeit da noch ausschrauben. Das werden wir beim nächsten Tod machen, weil der wird gleich stattfinden. Aufklärungsdrohne bereit. Ich mag. Ich traue mich nicht einsetzen. Du bist. Unsere Drohne ist einsatzbereit. Oh Scheiße. Ist der da unten oder da oben? Was? 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 Ich muss echte Helligkeit höher schrauben, Warte. Ich sehe hier nichts. Okay. Ich habe mir gedacht, ihr wollt das vielleicht miterleben, wie ich hier meine ersten paar Runden ausschauen. Deswegen nehme ich die überhaupt her. Du bist ein Genius. Genius. Ich schalte dich. Ich schalte dich. Ich schalte dich. Okay, hier. So ein bisschen. Sag mal sehr. Ja. Glaub. Glaub am lieben. Fuck! Wo? Gott dammit! Ich habe schon geglaubt, das kommt hier direkt ein Gegner. Äh. Grafik. Textureneinstellung. Grafik. Helligkeit. Yes, please. Das ist besser. Aber ich bin sogar ein bisschen zu hell, oder? Das ist schon der Bar. Aber das ist total Grafik, oder? So. Das ist jetzt doch nicht so. Das ist doch nicht so. Der kennt mir, äh. Get him. Grenade. Grenade, du suck. Come back. Fuck! Why? Was haben wir eigentlich für einen Ping? Ach du neun, das ist nicht so scheiße. nein das ist wirklich das erste was seit langem dass man call of duty wieder spaß und das ist irgendwie komisch weil ich richtig scheiße spiel normalerweise macht das spiel nur spaß mit den leuten an den arsch abreiß was öfters vorkommt auf der xbox auf dem pc wort er werbung für den youtube scheiße was jetzt reicht es war furchtbar die war aber auch relativ kurz die runde und die mag die map ehrlich gesagt nicht großartig die oftige ist das hier in der dauerschleife mal gucken hey chinatown da muss man sich euch die maps nicht kaufen haben wir gar nicht gewusst deswegen hängen wir jetzt da dran das ist immer wurscht die vorige runde war jetzt kurz glaube ich oder je nachdem wie lange wir jetzt spielen ich weiß es nicht sonst ist jetzt ein cut ok wahrscheinlich war kein cut wenn ein cut war dann hallo wie lange spielen wir das schon wieder sieben minuten wahrscheinlich kein cut wir haben wir haben eine shotgun und anscheinend alle perks aber ich weiß nicht ob das stimmt weil ich kenne mich nicht aus am pc wird in kreuchen die tage sie lassen allein spielen mit der waffe mit jemanden anstrengung So machen wir es immer. So machen wir es schon immer. Und so machen wir es wieder. Komm zurück. Fuck, ich wollte gerade schießen. Hör auf. Surren. No. Das ist Maria von wo kommen denn die alle? Hinten ist wir. Komm zurück. Kommt beide zurück. Kommt alle zurück zu mir. Verbündeter Luftangriffe unterwegs. Ein Knife für ein Präsent. Sorry Teamkollege. Fuck. Wir sind gerade voll in die Granate wahrscheinlich rein. Mut sie. Mut sie. Das war so schlau. Das war wirklich von der schlauen Sorte. Ziele erledigt. No. Let's go this way. What happened? Was du das? Verbündeter Luftangriffe unterwegs. What the fuck? Okay. Let's go this way. Unser Drohnen ist Einsatz bereit. Not Damage. Not Damage. Not Damage. Not Damage. Not Damage. Wir sind jetzt hin verschwunden. Alter. Gott. WRC! Bewusstsein! Der Weg ist so furchtbar ab. Es ist so schlecht. BZ! BHHHH! Bist dein nein! das ist zu weit weg das kann ich glaube ich vergeben du sollst leben, weil du bist mein Freund sie ist mir ich habe Angst aus dem Weg fuck ich habe mir überhaupt eine Maus, jetzt reicht es Quaratex, oh Gott, ich mag das Spiel stop ja und ja, wir haben die scheiße hässliche Waldtarnung drauf oder ist die Gold das ist irgendwie schräg, weil ihr habt nur nicht recht viel damit gespielt weil das meine erste Runde ist mit dem Stück Ding hier auf dem PC nein kill'em wie das tut mir, mein Gott let's go er spreng macht dann langsam mal bei nem Spielgestand stemmed fuck warum ich bin einfach nur spaßhaft komm her wo ist denn hier was? jetzt reicht es, ich gehe weg fertig, wo ist denn der, da oben oder was? ja ja alter spiel, das ist mir schon, schon schlimm genug dann muss halt der Boden vibrieren auch noch alle 50 da unten feindliche Drohne gestartet wo willst denn du hin? du warst sogar ein Gegner oder? komm zurück verdammt er ist verschwunden fuck fuck scheiße ich bin tot ja ok unsere Drohne ist einsatzbereit was ist denn das? Wollaffe ja ok, die Waffe ist auch nicht gut und ich bin auch nicht gut, also weiß ich nicht ich glaube die Waffe ist nicht gut deswegen haben wir sie ja genommen klarerweise scheiße hier lang wo ist denn der bitte? wo bin ich bitte? ich habe keine Ahnung oh fuck ich weiß überhaupt nicht passiert, mach halt ahhhh lauf go verbandete nein fuck ich hasse die scheiß Stanggranaten so sehr das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist so nervig ich stecke hier wieder in der Tür drin, dankeschön you don't need to move I take care of everything no no was? goddammit never n no n name n n n n n Lade nach! Verbündet der Hubschrauber auf den Weg! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Okay. Oh Gott, ihr redet öfters länger nichts, weil ich mich wirklich großartig konzentrieren muss, dass ich hier überhaupt was mache. Was ist denn hier gerade passiert? Ich muss hier gerade eine Fliege in der Wohnung rumfliegen. Ist das nicht schon schlimm, du? Ja, eine Fliege! Nein! Wo seid ihr ihr Arschfucker? Nein! Wo sind denn alle? Jetzt reicht's! Geh lang! Schneller! Geh lang! Ist da oben wieder einer drin, ha? Wer hat da mit Hitmarker? Warte! Ich hab da hinten mehr im Eck drinnen oder hab ich gerade falsch gesehen. Das leckt mir ein bisschen. Es leckt mir ein bisschen. Vielleicht leckt's euch auch ein bisschen, aber mir leckt's gerade ein bisschen. Was ist denn verbunden, oder? Du darfst leben. Goddammit, ich renne immer von A nach B und dann sind alle tot, wenn ich dort bin. Wie schaut es eigentlich hier aus? Ja, 19. Das ist so unspektakulär, ich fände nichts. Diese Runden sind eigentlich immer so lang. Ich renne immer zu den roten Punkten, nur das ist da nie jemand dort. Nein, au! Ich hab keine Granaten mehr. I'm scared. Shitless. Spiel! Okay, I'm going and cover me. I'm doing this. For victory! Get out of here! Goddammit! Handgranaten Märtyrium! Fuck! Ich hasse diese scheiß Granaten! Spiel! Jesus Christ! 94er Peng und das leckt wie Sau. Wow! Wohin? Wo? Gegner vielleicht? Irgendwo? Weiß man's? Jetzt weiß ich langsam warum die Leute immer so 50 auf einem Service spielen. Ich hab grad grad ein triple. Wohin? 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 Was macht ihr hier hinten? Außer bis dann die ganze Zeit, bis ihr mich umspringt. Nichts! Ihr Fotzen! Bitte renn in meine Granate rein. Scheiße, warum nicht? Ich habe hier noch eine Pistole-Schall gedämpft. Die werden wir sicher verwenden. Oh Gott. Ja, der wartet nicht auf uns. Nein, ich gehe nicht in diese Weise. Ja, was jetzt? Erinnere dich, du hast uns zu dir. Favoriten! Ich gehe in, ich wiederhole, ich schaue Dinge mit meiner Schotgun. Aber es schaue nicht so weit. Scheiße, ich spiele noch immer Counter-Strike auf einmal. Unscheinend. Nicht auf einmal. Nein! Fuck! Komm, fickt euch doch mal, Alter. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Unsere Drohne ist einsatzbereit. Okay. Ayakui. Wir werden ihn sieben! Weiter feuern! Verbündeter Luftangriff unter Weg Yeah Kill Ein Kill habt ihr das gesehen Ich hoffe ihr habt genau hingeschaut Weil das war nämlich auch schon wieder ein Kill Und das war auch Das war wirklich ein Gegner Was macht ihr da Jetzt reicht's aber What the fuck What happened Hier raus Ich will noch in a trip Was macht das gerade bitte Kaum Luftangriff Kill nur wen Nein Habt ihr das gerade gesehen Was macht denn das da drinnen gerade Wie nice war das bitte What the fuck Das war geil Ja ich hoffe es hat euch gefallen Und weiter geht's bei der nächsten Runde Das hat irgendwie Spaß gemacht Zumindest ist der Schluss Macht's gut Tut tú Viu- Higher 20-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-22-21-21-21-22-21-2023-21-22-22-22-23-24-25- throughout the world